Wo bist du, Nutella? Ich hab jetzt nur meine Clock mitgenommen, ich hab die AK da hinten gebunkert, Nutella, für die zweite Instanz. Man muss immer eine Reserve haben, weißt du? Ich geb keine Leute, Servus, bis die Tage. Ciao. Wer liegt denn? Wer liegt denn hier so? Ich geh mal hoch zu diesem Sniper-Hill. Da hoch führst du, ganz hoch. Ja. Vielleicht schlägt da einer rum? Natürlich. Wir kommen mit. Machen wir. Okay. Boah, spring rüber, Kunde. Oh, meine Fresse. Nicht, dass er rüber springt? Ne, er klettert noch. Zusätzlich zweimal. Aber bis jetzt hat noch keiner geschossen. Voll. Wir sind bestimmt alle in Cerno, Merno. Ne, Cerno ist leer. Ja. Aber ich würde sagen, wenn, dann sind sie hier. Und ich sage, sie sind am Eckhaus. Ich lauf jetzt. Oh Gott, ich lauf mit euch hoch. Was für ein Eckhaus, Mann? Eckhaus ist das Gelbe gegenüber dem Geschäft. Schuder. Wer einfach rennt. Hm. Ja, du bist ja hinter mir. Da liegt er nur mit grünem Rucksack. Wo? Wo? Wir schießen mal. Hast du ihn? Robin. Am Ende vom Hügel links. Der Nutelli. Der Nutelli ist wieder da. Victor, nimm den dann alles. Ja, wo ist er? Hier. Da unten. Wo, wo? Ich bin hier. Bei dir. Ich bin beim Rucksack fetten. Ja. Victor, da runter. Ja. Wo ich hinzack. Ja. Hey. Servus, Alter. Du bist gestorben. Für einen guten Zweck. Der konnte aber nix haben. Der war zu offensichtlich. Der war so dumm. Wir können dich nicht looten. Du bist echt scheiße. Ehhh. Und das ist der rucksack. Das ist der rucksack. Der ist runtergelöst oder? Ja, auf mich wird geschossen. Ja. Vom roten Haus. Kommt runter Leute. Welches Rote? Das neben der Polizei oder? Ja, ja, ja. Das Rote neben der Polizei. Okay. Okay, dann gehen wir runter. Kommt grünes Haus, grünes Haus unten. Ich höre Stimmen. Ich schieß zurück, die werden zu beschäftigt sein. Presse Weste, Glock. Zählt mit Glock hier runter. Ne mit MP5. Ich schieß zurück. Der ist oben in der Ecke. Rotes Haus? Ich bin es gegenüber vom roten Haus. Welches rotes Haus? Das zur Hauptstraße oder das zur Seitenstraße? Zur Hauptstraße. Danke. Ich renne rüber, Hauptstraße. Eierlose, Eierlose. Ich höre Stimmen. Eierlose, Eierlose. Hey Boy. Halt deine Fresse, du Hurensohn. Eierlose. Halt deine Fresse, du Hurensohn. Niveauloses Arschloch. Benimm dich, benimm dich oder geh aus dem Spiel. Benimm dich, du Grund. Victor? Mann, ich sehe ihn nicht. Im Grünen Haus ist keiner. Doch, warte, warte, warte. Im Grünen Haus ist der Victor davor. Ja, genau. Und wo ist er? Bist du das da an der Stromleitung? Ja. Okay. Was haben wir denn Angst gemacht? Komm doch runter, Mann. Was ist mit dir los? Du musst doch nicht da runterziehen. Komm, du Hund. Wir boxen ein bisschen. Wir boxen ein bisschen. Du stehst sicher rechts neben der Tür. Nein, 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 nein. Der ist oben an der Treppe. Ich schießt. Jetzt könntest du auch nicht sehen, gell? Ich hab nur geschossen. Doch, doch, rechts kann ich sein. Victor, geh ins andere rote Haus am Brunnen. Okay. Oben. Was ist los? Warum seid ihr so leise? Seid ihr wohl hoch konzentriert? Victor, geh rüber. Ja, warte. Ich weiß nicht, dass er das hört. Warte mal, hier liegt Sachen. Hier liegt Loot. Hier liegt Loot. Die Wichser haben hier Loot gelegen gelassen. Und... Wo? Neben dem looten Haus, Seitenwand. Ein Reifen ist auch da. Zwei Reifen im... Oh, 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 oh. Alter, wenn ich jetzt nicht treffe, dann bin ich tot. Geh mal rauf. Vielleicht drückst du rüber durch... durch die Fenster. Ich hab nur noch ein paar Schuss, gell? Also... Warte, warte. Ich hab noch 36. Aber erstmal muss ich die Tür aufbekommen. Jetzt werde ich die Tür aufmachen. Ich werde tot sein. Ach du Scheiße. Nee, da geht's auf. Da geht's auf. Da geht's auf. Ja, auf, komm. Wir schmeißen da jetzt einfach eine Granate rein. Dann ist gut mit den Wichsern. Warte, warte, warte. Warte, warte. Moment, oh Mann. Wir haben doch eine Minute hin oder her. Und dann sind wir Gewinner oder Gesieger. Oder Verlierer. Mach's boom und dann können die da oben so viel campen wie sie wollen. Nein, 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 nein. Lass uns Gewinner sein. Habe eine Granate. Okay, ich sehe, ich sehe alle beide Fenster. Dann schieß mal auf einen. Warte, warte. Ich sehe, ich sehe das Fenster und die Tür. Wenn sie in die Tür in das Seitenzimmer laufen. Okay, ich schieße auf das Seitentier. Hier. Oh, ich werde den Wichser treffen. Okay, ich habe getroffen. Die Tür von dem Innenhaus ist getroffen. Die müssen schwitzen. Noch eins. Ich bin nicht getroffen. Ich bin unten. Drinnen. Ja. Okay, also oben rechts an der Ecke. Also du siehst ihn eh. Ich schieße ein Zimmer nebendran. Wenn ich schieße... Er zielt auf die Tür. Jetzt habe ich geschossen. Ins Fenster. Ich bin tot. Scheiße. Wichser. Was ist? Ich bin tot. Scheiß Glock, Mann. Ich habe geschossen. Das heißt nicht, dass du rennen musst. Also ich bin tot. Sie könnten ne Glock gelootet haben. Scheiße. Ich bin getroffen. Komm zurück, komm zurück. Lass uns den Leben holen. Oder tot holen. Er soll uns nicht... Komm zurück, verpfleg dich. Scheiß auf, die haben nur ne Glock. Ich glaube, ich komme zu dir. Ja, ich bin aus dem Haus. Hauptstraße. Hauptstraße. Ich gehe um das grüne Haus und mich verbinden. Ich gehe um das grüne Haus und mich verbinden. Ja, ich habe dich gesehen. Ja. Hauptstraße. Ich habe da hoch gezielt. Ich habe den kurz gesehen. Dann wollte ich schießen. Und dann hat es... Und dann war ich weg. Hast du ihn geschafft? Ich konnte gar nicht schießen. Ich konnte gar nicht schießen. Weil ich wieder so D-Sings hatte. Wo bist du? Abte. Äh... Solnitschnee bin ich. Abte. Naja, gut. Sag Nutella. Ich stelle jetzt nen Reifen vor das Haus. Oh man, du bist zu schnell für mich. Spiel mit mir. Sag mir, was du tust. Ich stelle nen Reifen vor das Haus. Ja, jetzt bin ich hinter dir. Welches Haus ist er? Wenn ich auf die Polizei gehe, kann ich ihn erschießen, ja? Ja, aber theoretisch könnten wir gucken, ob wir eine Flash kriegen. Und die da reinschweiße. Ich gehe jetzt auf die Polizei. Ich mache jetzt die... Das Armbad weg, damit er meine roten Oktober nicht sieht. Ich bin drinnen im Haus, Viktor. Warte, warte. Rette mich. Nein, komm zurück. Du bist zu schnell. Du hast... 10 Sekunden, die du verpasst hast. Die du ver... Timing. Timing, Timing. Oh man, scheiß Timing. Bei dir ist Timing scheiße. Bei dir ist Timing scheiße wert. Ich bin reingepackt. Ja. Oh man, lass mich... Ich hab nur noch 8 Schuss. Mach den Reifen weg. Ich muss wieder raus. Ich sehe gar nichts mit Reifen. Ich bin draußen. Ist die Tür offen? Kann ich raus? Ich sehe es nicht. Glaub mir. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Viktor, mach den Reifen weg bitte draußen vor der Tür. Da ist doch keiner. Dann mach die Tür auf. Eine Armbrust ist hier. Eine Armbrust. Ich habe eine Armbrust. Viktor, ich hasse dich. Okay. Mann. Aber ich habe echt eine Armbrust. Viktor, mach die Tür auf. Bitte. Ich sterbe sonst gleich. Warte. Ich bin da. Da. Eins. Mach auf. Zwei. Drei. Tücher geht auf. Ja. Ich bin da. Ich schieße mal rein. Er zielt auf die Tür. Ich habe ihn. Nein. Theoretisch müssen wir einfach hochbrusten. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Ein Channel wo du das sehen kannst. Du Schwachkopf mann. Viktor schaut noch an. Ein anderer da ist. Ja. Oft passiert das ne. SK2 GP. Okay. 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 Okay.